Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Livestream-Aufnahmen-Folge. Ich fall gern weiter irgendwo runter. Ich hab's halt schon das letzte Mal mehrmals da probiert. Ich weiß immer noch nicht, ob das falsch war oder richtig. Ich glaub eher falsch. Könnt's gern jetzt nochmal probieren. Komm. Komm! What the fuck? Das ging weiter als erwartet. Ich will das ohne Hinweis schaffen. Du blödes Keckspiel. Das würde halt einfach nur nichts bringen. Das würde einfach nichts bringen. Da sieht man auch nochmal den Kram. Wir müssen irgendwie auf diese dumme Kiste. Meine Wahrheit, weiß ich, kenne ich schon seit einer halben Stunde, die Lösung. Und möchte einfach nur ein bisschen, ja, diesen wunderschönen Venator von den Zweigen, diesen wunderschönen Laderaum. Der ist ja, der ist ja das Herz allerliebst. Ähm. Ich hab auch gehört. Das wird mir gleich nochmal aus dem Chat bestätigt. Die Hinweise bringen nicht so oft wirklich was. Ganz ehrlich. Sag was. Wenn ich den Lift bewege, passiert ja die Konsole. Nur das Timing muss stimmen. Was zum Fick? Wieder Timing muss stimmen. Ich hab mir jetzt wirklich den Schmach gegeben, da hat der jetzt den Hinweis zu benutzt, aber... Das Timing muss stimmen? Hä? Aber es bringt mir doch trotzdem nix. Ich komm ja noch nicht was in die Nähe der dummen Kiste. Vielleicht war doch. Wenn ich da jetzt... Ja, dann ist da die Kiste unten. Ich würde einfach da irgendwie versuchen, draufzuhapsen. Was bringt mir das? Aber ich glaub, die Energie muss anbleiben. Ich wollte dich hacken! Ich wollte keinen neuen Tipp. Use the force, Luke. Ja, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, was mir das bringt. Selbst wenn das jetzt irgendwie... Ist der irgendwie im Weg? Ich könnte ihn auch nicht stunnen. Was ist diese Sache? No, 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 no. Nö, das ist... Das ist... Das ist... Ja, ja. Boah, das ist... Das ist ein schweres Ding. Ich kann immer noch... Der springt da nicht mal so weit genug. Hat bringt mir die Scheiße! Ja, 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 macht Kacke an. Hier überall Saft, Strom. Boah. Wenn ich den Lift bewege, passiert ja die Konsole. Nur das Timing muss stimmen. Welche Konsole? Hm. Hä? Äh? Ah. Silver, du kennst das, oder? Das wirkt mir nämlich jetzt ein bisschen... Da würde ich nie auf die Idee kommen. Äh, der, 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 der! Noops, sehe ich zum ersten Mal. Okay. Fuck, das wollte ich nicht. Mach wieder aus, die Kante. Äh... Nein. So. Aber das kann echt gut sein. Wetterfuck! Boah. Ist doch dreist. So. So. Hopp. Hopp. Silver hat er recht. Ach, Silver. Ich komme halt, ich würde da nie auf die Idee kommen. Ganz ehrlich. Hätte ich jetzt noch eine Stunde hier hocken können. Boah, ist das nicht. Was bringt mir dann das? Vor allem, wie kommen die... Boah, halt. Viel Spaß. Du bist nicht der beste Spieler, wenn du alles selber machst. Sondern weißt, was... Gibt es denn stimmen? Was würde ich ohne dich tun? Nein, schau'n. Los, jeder rein. Komm, Kumpel. Sehen wir es uns an. Was? Ich ernehm mich an der Stelle auf Datum, bei der du einfach rübergepackt hast. Ja, ähm... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, Gottchen. Gute Arbeit, BD. Du musst das einfach besser, stimmt's? Okay, BD. Was ist es? Äh, kann das sein, dass wir jetzt hier... Das wird alles noch zum Gebiet. Ui. Hier gibt's noch ein Stim-Pagate. Sag mal, wie viele Pakete, äh, kann der bitte tragen? Okay. Gut, wir haben sieben Stim-Pakete. Das ist hart. Das ist die maximale, äh, erhöht. Ich dachte schon, das ständige jetzt erreicht. Gut. Anders gesagt, jetzt müssen wir wieder zurück. Weil... Da sollen wir einfach da jetzt durch wieder laufen. Weil hier... geht's ja noch weiter. Dann dadurch, dann können wir wahrscheinlich hier die Tür öffnen. Was mach' ich noch? Was möcht' ich wissen? Kannst du nicht, ey, ich, ey, was? Einfach auf die Rutsche springen? Welche Rutsche? Ähm... Okay, ich kann hier einfach zurück und dann da einfach da hin. Äh, da, 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 da. Dann würde ich einfach wieder da hin. Aber dann muss ich halt wieder komplett zurücklaufen, ne? Ähm... Naja... Ich mach' einfach den 100%-Wander. So. Oder? Ach, da ist ja noch ne Kiste. Wie viele Kisten gibt's hier denn? Los, geh da rein. Zeig mal, was du gefunden hast. Sternenjäger. Näää, das sieht scheiße aus. Ich bin aktuell mit dem eigentlich ganz zufrieden. Was hatten wir eigentlich... Was hatten wir eigentlich das letzte Mal? Das ist ohne Poncho. Sieht auch interessant aus. Näää. Rotfels. Ach, was ist das da drunter? BD. In Rot. Näää. Pink. Wer sieht der denn aus? Ich glaub... Ach, genau. Premium-Ehalt ist das. What the... Komm. Ganz ehrlich. Ich geh jetzt mal bonzig. Mantis. Die sieht auch so aus. Sieht auch geil aus. Aber irgendwie... So richtig hau-bonzig. Und das ist der Premium-Ehalt. Näää. Ich glaub, das... Ne, wir haben noch... Die Bonzigkeit fehlt uns noch. Komm, wir werden bald richtig bonzig. Schaut euch das an, wie bonzig wir werden. Es tut mir leid, Meisterin. Seine Meisterin starb bei ihm. Er hat sie bestmöglich beerdigt. Ein Scheiterhaufen war zu gefährlich. Okay, haben wir dann jetzt eigentlich alles hier in dem Gebiet? Ich würde immer noch ein Geheimnis da unten, ne? Da wird's wahrscheinlich sein. Oh my gosh. Äh, ich glaub, auf den Weg kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Hallo, Nele. Das ist eine Live-Aufnahme. Du bist jetzt auf YouTube. Sag, hallo, YouTube. Ich rutsche jetzt einfach wieder. Ganz ehrlich, dann sehen wir den ganzen Weg halt normal. Das ist Zusatz. Das muss ich niemanden geben, der keinen Bock drauf hat. What? Komm ich da jetzt nicht mehr hoch? Oh, komm schon. Oh. Tschüss. Alter, verbiss ich. Wow. Gibt so viel Scheiße, ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß. Na, hallo Grönchen. Tschüss. Ach, ich hab mein zweites Instrument. Zweitfähigkeitspunkt. Ach, jetzt kommen da nur mehr Drohnen. Langsam schlau ich auch schon ein. Am Ende bin ich hier alleine. Das ist nur eine Aufnahme. Hup. Au. Ist ja kein regulärer Stream. Kommen ich da hoch? Was wollte ich? Nein, ich hab mich ausgeruht und die drücken. Jetzt sind die alle wieder da. Glück ist hier nur ein Lappen. Tschüss. Ohne Leben zu verlieren. Nein, ich möchte keine Lösungswege. Das ist ja alles zusammengebt. Schnappst dir, Koppel. Natürlich hast du was gefunden. Einmal schlafen. Ja, genau. Wir sind jetzt an uns ja einig. Keiner braucht Schlaf. Das war jetzt aber nicht das fehlende. Nee, das war nicht irgendwas. Das wäre einfach nur eine Kiste. Alter, wieso fehlen mir hier noch so viele Kisten? Hier fehlen mir sechs Kisten. Kisten. Kann ich hier hoch? Wo sollen die hocken? Ich möchte genau. Kisten, ganz genau. Ich möchte wissen, wo die ganzen... Nee, ich möchte nicht wissen, wo die Stims sind. Ich möchte nur wissen, wie viele. Wie viele es im Waxi mal im Spiel zusammen gibt. Alter, wo soll denn hier noch sechs Kisten sein? Sag jetzt nur noch Kisten. Oh, ja, ja. Ach du, ach du. Oh, pisst dich doch. Pisst dich doch. Pisst dich doch. Ich hau ab. Wo sollen hier sechs fucking Kisten sein? Huui. Zehn. Oh, da fehlen noch drei. Na, wie geht's dir? Wieso hast du das überlebt? Du hast für das Spiel dann zwei Tage gebraucht, ohne Essen, Trinken, Schlafen? Das hat mich aber enttäuscht. Okay, das hat, glaube ich, auch 30 Stunden. Das sind ja mehr 24. Gottchen. Ist schon hart. Das ist zwar cool, aber ich glaube, das würde ich auch nicht machen. Aber wisst ihr, was das Geile ist? Bei Fallen Order 2, da können wir jetzt ganz einfach, kann ich streamen, zum Release in der Mitternacht, würde ich es einfach streamen. Ist nur die Frage, ob es, ob das geht. Weil dann werde ich berufstätig sein, also wir werden mit dem Studium, was ja eh schon im Prinzip bin. Ähm. Ob ich dann sowas noch machen kann? Ich hab halt genug nicht geguckt. Ja. Ich hab halt die Nachkommen noch sowas wie jetzt. Hallo. Blob, Blob. Ich mag diese Abkürzung. Na? Hilfe! Okay. Die wollte ich haben. Ähm. Dieses Ding muss überladen werden. Ja, ja, unsere geliebten Arcs, ne? Wer kennt sie nicht? Bäh. Ganz ehrlich, irgendwie fehlt mir hier der Forst, der Forst Sprint aus Forst-Hand-Biecht. Oh, diese Kackkasse. Stirb. Ach, jetzt kommt er erst auf die, die Dinger zu scannen. No, okay. Danke, WD. Frage des Tages. Ich wollte schon sagen. Nö. 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 Stürb. Das Ding hätten wir den ganzen Umweg, hätten wir uns sparen können, hätten wir uns einfach nur vorher nochmal hier umgeguckt. Jetzt müssen wir hier alles haben, ne? Was zum Fick? Was fehlt denn noch? Och. Da war doch noch irgendwo was. Äh. Hä? Drei. Was ist das letzte? Ich wohre doch überall. Ja, bin ich denn Blade? Äh. Ach, das zählt hier noch dazu. Ähm. Aber das ist doch nur zum Zurückfahren. Was ist denn das vierte, dritte, Geheimnis? Äh, was? Äh, was? Äh, was? Äh, ehrlich, ich wusste es letztes Geheimnis. Okay, es würde nicht geheimnis heißen, wenn es einfach zu finden wäre. Scheiße, ne? Komm, ja. Da muss ich mir besser ansehen. Leichter Schaden. Du entkommst uns nicht. Scheiße. Du bist tot. Das fahrst du nicht ewig durch. Ne, das ist auch gar nicht. Das schreckt mich nicht ab. Hoh. Bleib stehen. Ah, fuck. Ach, jetzt sind es nur noch zwei Lappen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Komm. Okay, 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 okay. Hi. Boah, ich kann den nicht blocken. Äh, äh, äh. Leg den endlich um. Nein, nicht umlegen. Ich hab geblockt. Ich hab geblockt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt spawne. Aber wo soll das letzte sein? Ich hab doch da jetzt alles durchsucht. Ich weiß nicht, wo das letzte noch sein soll. Das komische Geheimnis. Oh, okay. Äh. Neunämpfer wird's. Bin ich? Hä? Wurzum. Ach, hier. Oh, war das näher am Ausgang. Aber. Ach, wie immer, ne. Gute Nacht. Warum haben wir Elite-Truppen Blaster? Weil sie ganz toll blastern können. Ähm, ja, ich finde jetzt das blöde letzte Geheimnis. Wo, 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 ganz ehrlich? Ich wollte nur 100% dran. Wo ist dieses dumme Geheimnis? Da wird's ja wohl kaum sein. Hier kann's auch nicht sein. Boah. Hä? Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich werd grad zu Battlefield 5 eingeladen. Warum macht sie das? Ich versteh's nicht. Egal. Ähm. Oh, diese Folge, ja. 22 Minuten. Ja, haben wir trotzdem noch nicht das Geheimnis gefunden. Stream, hilf mir. Mach mir jetzt noch einen Tee. Wolltest du nicht schon vor Stunden schlafen gehen? Oh, wir, ach, scheiße, wir haben zwei Uhr. Naja, ich hab jetzt zwei Sonderfolgen. Ähm. Aber wo ist dieses blöde Geheimnis? Ich guck noch mal da, was der macht. Aber er macht halt nur das linke Gerät zurück. Ist auch unnötig, den noch zu markieren. Ähm. Ich check's nicht. Wo ist das Geheimnis? Ist schon leider abgesäbelt. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Wunderschön. Ja, ja, ja. Kloppt euch. Hey, der hat jetzt viel mehr Leben als eben. Bin ich nicht schon. Wo ist dieses bekackte Geheimnis, ey? Da ist echt nix. Weil, dann rufst du das Ding und kannst es wieder zurückschicken. Ist halt echt nix. Boah, wo ist es denn? Ich hoffe jetzt mal nicht da unter Wasser. Wisst ihr was? Ich glaub, sowas will ich zusammenschneiden. Oder kann mir noch kurz einer irgendwie helfen? Wo ist dieses letzte Geheimnis? Wisst? Ach, da ist auch noch eins. Ach, du heiliger. Ja, da ist dann wahrscheinlich irgendwas hier mit zu tun. Hier kommt man halt auch nicht mehr rein, ne? Hier fehlt uns eine Truhe. Die es wohl dahinter gibt. Sind wir noch mal? Wir haben uns verloren. Ah, da sind wir. Ähm, ja. Ich glaube, das überlassen wir Ihnen zukunftsnormen, weil dieser Livestream geht jetzt schon viel zu lange. Ähm, und ich bin langsam echt schläfrig. Ich möchte schlafen gehen. Tut mir zwar leid an den Stream, die sich da noch mehr erhofft haben, aber... Ähm... Ich würde mal sagen... Pets hört sich nicht schlecht an. Ja. Gut. Scheiße, ja. Das meint sich gut einer dringe. Ähm, deshalb... Wie gesagt, sorry für diese Folge. Ist halt hauptsächlich mehr von Order, ne? Wem es gefällt. Muss es sich einfach nur zum Berieseln lassen. Ähm... Ich weiß es nicht, wo hier noch das dumme Geheimnis sein soll. 91% erkundet. Was habe ich denn übersehen? Ganz ehrlich. Wie gesagt, das ist kein einziger Ge... Ich glaube... Wisst ihr was? Nach der Folge... Geh ich da einfach nochmal runterspringen. Einfach so. Ich spring da nochmal runter. Also. Sollte da irgendwas sein, seht ihr das zum Anschluss. Wenn nicht, dann... Bis zur nächsten Folge. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Glaubt euch wohl. Bleibt mir treu. Wir sehen. Tschüss.